Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Hardcore Körbel. Nach der Livestream Edition heißt es jetzt den Space Truck Antrieb endlich fertig zu bauen und dann zum Space Truck zu bringen. Für die von euch die den Livestream nicht mitbekommen haben wir haben im Livestream sehr viel Wissenschaft freigeschaltet und haben jetzt den Nerf Atomic Motor. Der soll jetzt als Antriebssektion hinten an den Space Truck ranen, denn wir wollen ja mal irgendwann damit in Richtung Duna fliegen beim nächsten Transferfenster, das übrigens in einem Jahr und 287 Tagen sich auftut. In 99 Tagen wird es nochmal spannend, da können wir eine Sonde nach EVE schicken. Aber bis dahin wollen wir den Space Truck fertigstellen und damit der Space Truck funktioniert müssen wir aber noch so ein paar Sachen fertig bauen und ich würde sagen wir fangen mit der guten alten Strut an. Und zwar würde ich auf jeden Fall gerne vorher noch so ein bisschen Stabilität reinbringen, dass wir hier nicht ganz so rumeiern und ich würde gerne auch noch den Teil mit dem Teil hier ein bisschen versteifen, dass bevor wir das abkoppeln, da erstmal Ruhe ist. So, Idee übrigens dahinter ist, dass wir quasi einen zentralen Tank haben, der später mal Liquid Fuel bekommt. Der ist jetzt noch leer aus Gewichtsgründen. Hier außen auch ganz viel Liquid Fuel ist und jetzt müssen wir mal gucken. Das würde dann heißen, wir brauchen aber auch noch Fuel Pipes theoretisch, die von innen nach außen Fuel liefern. So, damit haben wir das schon mal. So, hinten ist dann auch noch wieder ein Docking-Port dran, sodass man quasi die nächsten Teile noch anbauen kann. Also irgendwas Schmales könnte man hier noch ranhängen. Die Überlegung war, dass ich hier gerne später das Landemodul ankoppeln möchte, dass wir das quasi mitschleppen. Und hier ist dann die Stelle, mit der wir den Space Truck ankoppeln. Da das eigentlich auch schon gesetzt ist, können wir hier oben auch schon mal vier von diesen Verbindern eigentlich anbauen. Dass wir später nur noch vier Stück am Raumschiff befestigen müssen. So, und jetzt kommen noch so ein paar Sachen. Und zwar, um uns das Stocking auch in der Zukunft ein bisschen zu erleichtern, würde ich jetzt mal die Teile hier kaufen. Oh, das schadet ja eigentlich nicht. Natürlich nur die Frage, ob das dann nicht zu hoch wird mit den Hütchen. Hm, wie sieht denn der Space Truck hinten raus aus? Ich glaube, da kamen Solarpanels. Die könnte man notfalls einklappen. Und dann können wir ja auch die Hütchen abbauen, im Zweifelsfall, sobald wir im Weltall sind. Das ist ja nicht so wild. Genau, wir können die ja immer noch abbauen. So, hm, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das ist halbwegs versteift. Das müsste eigentlich passen. Hier machen wir auch noch mal, hier sind schon die Struts dran. Dann hätte ich gesagt, machen wir noch mal Struts, die das Ganze nach oben hin ein bisschen stabil halten. So, einfach um sicher zu gehen, weil das ist schon ziemlicher Brocken. Das Ding wiegt jetzt irgendwie 340 Tonnen. Also jetzt gerade wiegt es 340 Tonnen, ja. So, ähm, hm, 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 hm. Lasst mich nachdenken. So, das ist okay. Von, die ist auch relativ erprobt. Wir haben jetzt nur statt den Skipern die Main Sales dran, die wir mittlerweile auch freigeschaltet haben. Das müsste eigentlich halten. Wir könnten noch mal Streben setzen. Weiter oben, einfach nur um sicher zu gehen. So. Das hier ist ein großer Container, da können wir später richtig viel Ausrüstung reinschmeißen. Ich habe jetzt erstmal so fünf Haltegitter mit reingepackt. Da passen 20.000 Liter rein. Da können wir Bauteile und sowas mitnehmen, aber ist jetzt erstmal nicht die Hauptpriorität. Jetzt kommt erstmal der Part, wo wir das Ding hier anbauen. So, und jetzt müssen wir das Teil natürlich noch irgendwie nach oben steuern. Das ist jetzt so ein bisschen der unangenehme Part. Ich habe nämlich noch keinen Schimmer, wo ich das hinpacken soll. Wir machen das am dümmsten. Ich brauche irgendeine Form von Kontrollinterface. Und ich brauche das die ganze Zeit. Und könnten natürlich sagen, wir schaffen auch noch ein bisschen Platz zum Leben. Da passen zwei Leute rein. Genau, ist auch ein bisschen Tech-Live-Support drin. Das hätte zumindest die richtige Größe, wenn wir das nehmen. Weil ich würde es eigentlich sehr ungern, wenn ich da unten jetzt mal auf den Preis gucke, sehr, sehr ungern nur unbemannt fliegen. Das sind 200.000. Da möchte ich nicht riskieren, einen Funkausfall zu haben. Also wirklich nicht. Das wäre nämlich richtig bitter. Aber dann verlieren wir aber natürlich wieder massig Delta V, ne? Durch das Gewicht. So. Hm. Cool wäre es aber schon. Cool wäre es irgendwie schon. Hm. Behalte ich das so? Behalte ich das nicht so? Ich glaube, ich behalte das so. Dann kann das nämlich bekuht geflogen werden. Dann kann sich da der, weiß ich nicht, der Ben. Ben, Jabodaya, Valentina. Hm. Hm. Der Ben. Der Ben mal betätigen. Ich brauche unbedingt mal wieder ein paar Piloten, ne? So. Ähm. Reinsetzen. Das macht das Fliegen schon mal ein bisschen einfacher. Wir haben dann noch ein bisschen Platz. Ach, das ist auch designtechnisch. Das ist auch fürchterlich. Gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ach, was sind die Alternativen, die wir haben? Ähm. Einen Probe Core nehmen. Auch doof. Auch echt doof. Auf jeden Fall können wir schon mal kontrollen, ob sie es mitnehmen. Wenn wir hier schon die Dinger anbauen, sollten wir vielleicht auch Steuerdiesen mitnehmen. Zack. So. Also die jetzt halbwegs gerade sind sie natürlich nicht. So. Wird ein Schuh draus. So, jetzt bleibt natürlich die große Frage, was machen wir steuerungstechnisch damit? Was machen wir steuerungstechnisch damit? Die coole Variante wäre natürlich einfach zu sagen. Wir nehmen Probe Core und sprengen den im letzten Moment vorher ab. Hm. Das Problem ist, ich habe noch keinen Probe Core in der passenden Größe. Der hier ist dann nämlich, wenn ich den runterflacke, so komisch klein. Das fühlt sich auch irgendwie falsch an. Aber wir könnten natürlich einfach mit den Bildtools ein bisschen nachkorrigieren. Ja gut, dann schiebe ich die ganze Rakete. Logisch. Äh. Zack. Den leide ich gerne. Ja, aber nachher geht dann die Deckung fort nicht sauber. Das ist es auch noch nicht. Du bleibst mal so. Dann also das Ding hier. Das muss ja dann eigentlich funktionieren. Sollte. Passt du nochmal an der Dockingpot drauf oder blockt der irgendwie? Das sieht gut aus. Okay, damit haben wir den. Dann brauchen wir eine Antenne, um zu arbeiten. Und zwar nehmen wir wieder eine mit. Und die auf jeden Fall. Das müsste eigentlich für unsere Zwecke komplett reichen. Und eine davon soll es eigentlich auch tun. Und die bauen wir mal anbauen. Und später abschalten. Nehmen wir noch einen Kommuneutronen mit. Das verbraucht 36 Strom. 7,8 Strom die Minute. Ich nehme mal eins mit. Ob wir es dann wirklich brauchen. Seien wir dahingestellt. Die können wir ja oben auch wieder abbauen. Haben ist erstmal besser als brauchen. Ja, dann also doch mit einer Probe würde ich sagen. So, jetzt lasst mich nochmal gucken. Wir haben eine saure Versteifung. Wir haben Probe Core. Wir haben die Triebwerke. Wir haben Spritlines, die von außen nach innen führen. So, und ich würde sagen, wir lassen jetzt noch ein bisschen Sprit ab hier. Um das Gewicht nochmal zu reduzieren. Einfach um ein bisschen mehr Delta V zu haben. Damit wir ein bisschen Puffer haben für irgendwelche komischen Sachen. Denn ich weiß noch nicht so ganz, ob die Kiste so fliegt, wie wir das wollen. Und damit uns ein potenzieller Flip nicht direkt das Genick bricht. Denn wir können es nicht reverten. Und hey, hier stehen 200.000 auf der Rampe. Ne, dann machen wir das mal ordentlich. So. Ja. Just Weight Ratio ist auch mehr als ausreichend. Da können wir einmal richtig viel Gas geben am Anfang. Und dann ein bisschen langsamer machen. Das wollte eigentlich hinhauen. So, sind alle Tanks gesperrt, die ich gesperrt haben wollte. Jawohl. Der ist offen. Jawohl. Gut, dann würde ich sagen, speichern wir das nochmal und bringen das Teil rauf zum Space Truck, um es da anzubauen. Das wird sicherlich eine sehr spannende Eva. Also, beziehungsweise erstmal das Docking-Manöver. Aber das sollte eigentlich machbar sein. Vorher müssen wir unbedingt noch gucken. Fuck, ob wir einen... Ja gut, das finden wir dann daraus, ne? Sonst muss ich einen anderen Docking-Port abbauen und dahin umbauen. Ich habe auf jeden Fall seitlich am Space Truck noch Docking-Ports dran. Also, irgendwas wird da sein. So, jetzt müssen wir erst mal den Space Truck finden. Shipwrecks, überall Shipwrecks. Scout-Port, Pioneer-Module, Tan-Mars, Craft. Hier vorne fliegt noch was. Space Truck, gerade uns vorbei. Nee. Set as Target. So, dann würde ich sagen, warten wir kurz, bis der wieder rumkommt. So viel Zeit haben wir und dann wird es auch ein bisschen heller, während wir auf den Space Truck warten. Und dann können wir wenigstens im Sonnenaufgang starten. Wahrscheinlich wird das relativ exakt treffen. Und müssen uns dann nicht im Dunkeln abtuben. So. Und die haben mir jetzt bewusst, dass ich keine Solarzellen dran habe. Aber ich denke, wir brauchen die nicht für den Aufstieg. Wir werden genug Strom produzieren. Das sollte ausreichen. Okay, und ab geht die Windfahrt. Wie man sieht, sehr straight nach oben. Mit einer Transvate-Ratio von 2, irgendwas. Also sehr viel Kontrolle. Auch mit dem Teil. Und jetzt nehme ich direkt mal ein bisschen Schwung raus. Dass wir hier nicht zu schnell werden. Und den Treibstoff nur gegen den Luftwiderstand verbrennen. Das wäre nämlich ganz schön bitter. So. Den Spritverbrauch müssten wir momentan komplett über die Teile machen, wenn alles so passt. Auch das sieht gut aus. Okay. Dann lassen wir ihn mal ein bisschen steigen erst mal. Und hoffen mal, dass das alles so klappt, wie es soll. Die ersten 500 Kilometer sind abgedeckt. Und damit sollte eigentlich alles abgedeckt sein. Für unseren Flug. Aber wir klappen dann gleich noch die Antenne aus. Die übrigens in diese Richtung zeigt. Alles klar. Okay. So. Mal eine etwas andere Perspektive heute. Ich nehme jetzt ein bisschen mehr Schub rein. Okay. So. Sind wir schon auf dem letzten Tank? Ne. Das ist so halb und halb. Okay. Jetzt. Gravity turnen wir das Ding mal rüber. Solange wir noch so viel Kontrolle haben. Dann hoffe ich mal, dass das nach dem... Nach der Stage Zap immer noch so gut vorwärts geht. Gravel Engineer habe ich mir wieder vergessen. Merke ich gerade. Aber gut. Dann ist es immer. Jetzt können wir gleich noch nachgucken. Okay. Also der Gravity turn war jetzt sehr, sehr konservativ. Den hätte ich auch deutlich aggressiver fliegen können, merke ich. Also das Ding hat doch gut Kontrolle. Aber ich habe gerade echt viel Angst, 200.000 einfach unangespitzt in den Boden zu rammen. Das wäre so knapp ein Viertel meines Gesamtbudgets. Das würde ich gerne vermeiden. So. Wir haben Stage Zap. Und Stage Zap sieht auch sauber aus. Jawohl. Wir haben auch ordentlich Schub. Oh, wir sind... Ein bisschen früh dran. Merke ich gerade. Und wir sind ein bisschen weit oben schon. Oh, das sieht gar nicht schlecht aus. Das sieht gar nicht schlecht aus. Vom Rang Du. Mal gucken, wie flach wir das hinbekommen. Oh, ja. 16 Kilometer. 15. Ja, das sieht gar nicht übel aus. Okay, ein bisschen höher muss ich wahrscheinlich, um das jetzt kleiner zu bekommen. Nee. Muss ich nicht. Halt, halt, halt. Hier gewinnen. So. Schön flach gehen. Ja, nicht kippen. Halt, freund. Nicht kippen. Ich nehme jetzt ein bisschen RCS zur Hilfe. Um es auszugleichen. So. Wir müssen jetzt eh gleich noch ein bisschen was brennen. Fliegt der Space Truck so tief? Krass. Hab ich nicht gedacht. Ich hab mir gedacht, der ist ein bisschen höher unterwegs. Aber offensichtlich ist er ziemlich tief unterwegs. So. Ich nehme jetzt schon mal ein bisschen Geschwindigkeit auf. Das müsste aber kurz reichen. So. Gut. Und jetzt werden wir gleich ein Anti-Target Burn einfach machen. Wenn wir hier unsere Station grobe auf der Höhe haben. Und dann müssten wir... Es geht eigentlich ganz gut mit den RCS-Dingern. Äh, mit den RCS, mit den Rack Trades. Okay, wir sind jetzt auf Höhe. Das heißt, ich mache jetzt Vollgas, um unseren Orbit fertig zu brennen. Und dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Also, wir müssen noch 700 Meter aufbauen. Ich glaube, das klappt ganz gut. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht runter in die Atmosphäre ditchen. Dabei. So, die Station kommt auch. Schön, wieder Höhe nehmen. Jawohl, der kommt auch hoch. 11 Kilometer. Wir müssen jetzt gleich Stage-Zwappen nochmal. Und wieder Vollgas raus. Und... Was? Muss man mal gucken. Das reicht. 300 ein bisschen. Wir haben... Noch ein Stück bis in Orbit. Aber da schleichen wir uns jetzt einfach rauf. Wir müssen noch ein bisschen Höhe nehmen, sehe ich gerade. Aber auch das kriegen wir hin. So, ich packe jetzt mal sicherheitshalber die Antenne mit etwas mehr Reichweite aus. Einfach nur, damit es nicht da dran scheitert. So, und jetzt haben wir noch 200 Meter Unterschied. Das ist doch noch ganz schön viel. Aber wir sind auch auf 4 Kilometer schon ran. Könnte alles deutlich schlimmer sein. So, unsere Höhe selber ist 81 Kilometer. Leicht fallend. Auch das ist okay. Also wir stürzen jetzt nicht irgendwie groß ab oder so. Wir sinken mit 10 Metern pro Sekunde. Das ist echt in Ordnung. So, und wir sind auf unter 100 Meter pro Sekunde Unterschied. Das heißt, wir werden den, denke ich mal, noch gefangen bekommen. Deutlich bevor er die 10 Kilometer Distanz wieder aufbaut. Und dann haben wir die gleiche Geschwindigkeit. Und wir haben massig Strom und erzeugen auch noch Strom. Also alles, Chico. So, wie es das angeht. Und jetzt müssen wir anfangen, hinterher zu fliegen. Machen wir auch gleich mal. 7 Kilometer. Jetzt fangen wir ihn gerade ein. Und da kommt er. Und wir gehen jetzt auf ihn zu. Das wird jetzt natürlich unseren Orbit ein bisschen eigenartig verschieben, wahrscheinlich. Aber das ist erst mal so. Nicht zu viel. Aber so 100 Meter pro Sekunde können wir schon noch aufbauen. Wir haben ja noch eine gute Distanz. So, und jetzt drehen wir uns schon mal Retro-Braid. Um ihn gleich wieder einzufangen, wenn wir rankommen. Das sieht doch ganz gut aus. Also das hätte alles deutlich schlechter laufen können. So. Also wir scheuern jetzt natürlich ziemlich schnell drauf zu. Aber das kriegen wir alles ganz gut dahin, glaube ich. So, und dann haben wir nämlich eine ordentliche Antriebsstufe. Also wir müssen ein bisschen was machen noch. Wir müssen den alten Antrieb abbauen. Wir müssen ein Docking-Port an die Stelle anbauen, wo vorher der Antrieb war. Wenn wir gekoppelt sind, müssen wir Oxidizer ablassen und solche Sachen. Ursprünglich habe ich ja gedacht, ich fliege mit dem Pudel. Aber das wäre wahrscheinlich sowieso nichts geworden. Gewesen, geworden, gewerden, gewerdet. Gewerdikett. Oder so. Ja. Ich glaube, mit den vier Nerfs sind wir da ganz gut bedient. So, jetzt müssen wir einmal ordentlich beschleunigen, damit wir die gleiche Geschwindigkeit hinbekommen wie der Space Truck. Aber das sieht doch gut aus. Das ist ja ein geradezu vorschriftsmäßiges Anlegungsmanöver. Außer, dass es vielleicht ein bisschen arg schnell ist. Aber ich liefere ja gerne Ergebnisse. Und zwar schnell. Diesmal, diesmal schnell. Da hinten wollen wir quasi hin. Da würden wir gerne unsere Rakete gleich anbauen. Und deshalb müssen wir noch ein bisschen bremsen. So. Ja, andere Richtung rum. Und ein bisschen runter. Jawohl. Also, es sieht auf jeden Fall schon mal witzig aus. Mal gucken, wie es gleich wirkt, wenn es am Space Truck dran ist. Ob das dann immer noch lustig aussieht oder eher so ein bisschen overdone. Darüber will ich dich. Jawohl. So, wir ziehen jetzt mal ganz leicht nach hinten vorbei. Also nicht direkt aufs Target, sondern ich will ja hinter das Schiff kommen. Das müsste so grob dort sein, wenn ich die Peilung richtig sehe. Und dann fahren wir mal los. So. Fünf Meter reichen mir. Das gibt uns dann so knappe bei 200 Metern, ne? Fünf Meter pro Sekunde, bla 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 bla. Dann gibt uns das knappe 40 Sekunden zu drehen und wieder zu stoppen. Das reicht eigentlich vom Entspanntheitsfaktor her. Ja, das muss ja nicht zu schnell machen. So. Oh, wartet mal. Ich bin auf der falschen Seite. Ich habe gerade das Schiff falsch uminterpretiert. Stop. Voller Stop. Wir müssen da hin. Ich habe gerade gedacht, da ist der Antrieb. Aber da ist gar nicht der Antrieb. Da ist tatsächlich das Cockpit. So, und dann nochmal drehen. Zip. Und wir zielen jetzt ein wenig auf diese Seite des Schiffs. So. Zack. Genau. Wir müssen... Schöner rechter Winkel für den Anflug. Jawohl. Das sieht gut aus. Ich hoffe, ihr kaut nicht schon eure Nägel ab, weil ihr gerade den Strom beobachtet. Also alles ist gut mit dem Strom. Der lädt sich auch immer wieder auf, wenn ich den Antrieb zünde. Wir werden das schaffen. Ganz entspannt werden wir das schaffen. Hoffe ich. Nein, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. So, wir nehmen den Trust schon mal ein bisschen runter. Und dann höre ich auf zu labern, sondern drehe mich mal weiter, damit wir hier nicht noch irgendwie dran vorbeischießen. Und schaffen es hoffentlich noch rechtzeitig für die Bremse, um dann noch anzukommen. So. Und bremsen. Sehr schön. Das läuft doch. So. Wir sind neben der Space Truck Station. Jetzt kommt der spannende Part, das da abzubauen und das dann dort anzudocken. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Das wäre dann quasi am Freitag. Und euch wünsche ich einen guten Start in die Woche. Macht was draus. Ich hoffe, das Wetter ist ein bisschen besser als hier bei uns im Norden. Und ich sage, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Robert und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.